Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League mit mir Fiorbo und es gab wieder ein kleines Update für Rocket League, komm ich mitbekommen und man kann jetzt, zumindest ist mir das vorhin nicht aufgefallen, seht ihr jetzt unten da die Playlist, kann man jetzt sehen, so die Lieder, ich hab da auch mal die Musik angemacht bei mir und es gibt auch ein neues Ranked-Menü, Ranked-Ding, wie ich es mitbekommen habe, aha, ok, ihr seht auch meine Ranked ist alles runter, weil, oh Bronze, interessant, dann machen wir einfach mal 2 gegen 2 würde ich sagen, Einzelstandard, okay, ich verstehe das noch nicht so ganz, aber gut, vor allem 3 gegen 3 Stand, Einzelstandard, ich verstehe das nicht so genau, deswegen machen wir einfach mal 2 gegen 2 Match, würde ich sagen, starten wir einfach mal und schauen, was so abgeht, die Musik höre ich auch gerade kaum fast nicht bei mir, müssen wir meinen kompletten PC-Lauter machen, ah, klingt schon viel besser jetzt, so, dann können wir mal loslegen, würde ich sagen, komm ich in eine Runde rein, ne, na gut, das ist doch eine Stadt, eine Runde, gut, Ranked, so, ich bleib natürlich hinten, der Kollege soll es mal hier machen, und, er geht rein, doch nicht, ich dachte gerade, der geht rein, zack, komm mal hier, nein, verfehlt, schade, oh, nice, Kollege, nice, 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 was macht der denn da, ist ja dumm, oh, ups, er hat ein Mixing, er hat ein Sombrero auf, das darf nicht sein, oh, schade, ich spiele den seitlich, oh, cool, danke, bleibe ich einfach mal still und kriege eine Glanzparade, als ob, als ob, warum, fuck, alter, was war das für ein Tor, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen übersteuert, aber egal, seht euch das an, erst mal ich, schön vorbei, und der, warum bleibt der nicht stehen, alles klar, und ich spring einfach vorbei, und er geht fast rein, ist das dein Ernst, Digga, so, mein Nitro, komm, 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 noch schneller, komm, 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 wo ist denn mein, ich wollte schon sagen, ob der Mate den jetzt nicht gemacht hätte, ey, schlimm, ey, meine mehr gelte, und er, er guckt sich das auch noch an, Skepto, Hure, ich hab den schon wieder nicht getroffen, das gibt's doch nicht, mach ich denn los bei mir, ey, muss ich das erstmal wegschlagen, ja, genau, klommen, einfach das Nitro bekommen, so kleine Fatze, gewonnen, aber leider geht er nicht Richtung Tor, und gut, das Nitro ist mir, ich bin so, Junge, wo bist du denn, als ob der, Alter, ey, easy, 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 alter, wieso macht da keiner was, sind die wirklich so bescheuert, oder was, gibt's doch nicht, jetzt hab ich auch mal ein bisschen an der Action, da hier haben, und, oh, schade, so knappes Ding, ey, so knapp wie das, äh, mit Leger, was ich gestern Abend getragen hab, haha, was, weg damit, ich bin irgendwie, ich hab schon gut zwei Wochen kein Rocket League mehr gespielt, mindestens, glaub ich, aber ich bin einfach gut drin, doch, wow, was geht ab, na, komm, machen wir mal eine schöne Vorlage, ey, oh, den hat er von mir bekommen, ok, nice, ah, ah, und der macht ihn einfach nicht, lol, ja, alter, mein Kollege, was macht der da, weißt du, gerade bei dem Top-Content stehen wir, aber jetzt wird er von mitten im Weg stehen, alles klar, das ist mein Niveau, schade, nicht bekommen, schade, ok, genau, komisch geschossen, muss man ehrlich sagen, ich hab ja, ich hätt einfach noch ein bisschen weiterfahren müssen, na gut, passiert, egal, also, ich geh mit rein jetzt einfach raus drauf, scheiß die Wind an, Alter, wir messen das jetzt, rate mir, weil man nur sowas macht, lol, was war das denn, was war ich denn hier, ok, oh, danke, da wollte er mich zerficken, aber hat's nicht geschafft, dieser kleine Homo, ja, so, nix gegen die Schuchtel natürlich, ne, ja, mein Mate haben, alter, er hofft mich die ganze Zeit wegzuficken, was ist denn verkehrt mit dir, schlechter Versuch, oh, egal, oh, guck mal, ich geb euch noch mal ne Vorlage, komm, versuch's nochmal, und der macht den auch nicht, oh, ich hab ihn zerstört, ne, das wollte ich zwar nicht, aber gut, oh, ich hätt ihn fast noch bekommen, aber mein Mate macht einfach nix, mein Mate macht einfach nix, komm, da, ich hätt das so, flun to fly, bitch, ich hab noch weniger Punkte als der, ach, du Scheiß, das ist peinlich, erster Ballkontakt, oh, der geht einfach rein, er geht einfach ins Tor, wie kann man nur so fucking Glück haben, Alter Schwede, deswegen spiel ich auch nicht gerne zwei gegen zwei, wenn ich nen Random dabei habe, es ist einfach scheiße, oh, vor allem, wo ist der Typ die ganze Zeit, ich hab, ich hau voll die geilen Bezelbälle in die Mitte und so, aber, das ist einfach nix da, oh, das ist einfach nix da, machen wir den, oh, egal, ich hab auch kein Nitro oder so, oh, nice, oh, von dem kommt auch mal was, oh, den wird er schon mitgehauen, aber, zurück zum Mopsender, kennst du den schon, oh, nice, oh, nice, ja, fine, also, komm, wir müssen es mal den machen, und ich fliege einfach und der geht rein, ne, doch nicht, ich dachte schon, der geht rein, oh, scheiße, das ist nicht, oh, fuck, aber Mensch, spielt auch irgendwie nicht mal nach vorne oder so, wirklich, ne, kommt mir so vor, als würde ich die ganze Zeit alleine spielen, so ein bisschen, nice, er hat mich einfach zerfickt, er hat mich einfach zerfickt, geil, oh, nice, das springt von mir, so, ja, komm, mach mal ein Tor, oh, Gott, danke, alter, alter, ist man nicht scheiße, ich bin auch, ich bin auch gerade nicht gut, muss man sagen, ja, gebe ich ja zu, aber er macht einfach nur große Scheiße, alter, er ist irgendwie nie da, aber er hat die zwei Tore geschossen, weißt du, ich hab mir über sie geschwungen, bin ja abessen bei Kontakt gehabt, noi, weißt du was, guck mal, mach das mal, mach das mal so, er hat mal was gerettet, unglaublich, und ich bringe einfach runter, aber schade, ich hab sogar deutsches dafür bekommen, noi, so, machen wir es mal dehnen, oh, nice, mach schon, schon wieder selber, nein, so, schön, rübergeleitet, über mich, nice, so, rückwärts, fahrgang, und so, guck, guck, komm, schmieren uns hin, ah ja, ah ja, komm, bitte mach mal ein Tor, bitte mach mal ein Tor, einfach die überlegenheit, meines Teams zu beweisen, danke, und da sehen wir, ranglos, geil, nehme ich genau noch einen Plätz runter, nice, dann haben wir eine neue Flagge bekommen, jetzt hat das neue Rangsystem, also, ich hätte gerne ein neues Match suchen, ah, das geht sogar direkt jetzt, cool, das ist ja mal ein neues, das finde ich cool, gut, dann kann man ein neues Match suchen, hoffentlich gehe ich jetzt mal ein bisschen besser, ab, aber ihr habt ja, aber ihr habt ja mal wenigstens das neue Rangsystem gesehen, warum finden die schon was und ich nicht, und ich hoffe nicht, ich muss nochmal mit dem Typen zusammenspielen, ich muss nochmal mit dem Typen zusammenspielen, oh nein, ich will nicht mit dem Wechsel spielen, oh mein Gott, irgendwie ist die Performance hier gerade irgendwie komplett anders und so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wow, hallo, hallo, ups, was soll das denn, so, danke, okay, unsere Mates, äh, unsere Mates, unsere Gegner sind ja noch voll schlecht irgendwie, so, ach, schade, der Kulat nicht mehr ist, alles klar, alles klar, und wo ist man, Mates, ist er nicht da, warte, ich will jetzt, wemgegen die, die Runde verlieren, oh, er versucht wenigstens zu fliegen, nice, komm, lol, ich habe den einfach mal ein Dach gehabt, hier, danke, boah, den jetzt kriege ich, warte, kriegt man, hä, rückwärts halt, rückwärts, Tor, rückwärts, falls rückzieht, rückwärts Tor ist doch, falls hier sind, wenn es auch stimmt, oh, man, oh, Alter, ich will nicht mit den Püpen spielen, warum, so, oh, man, hey, was passiert hier nur, eihau, ja, natürlich, natürlich, hier bin ich einfach entwollert, natürlich, sehen wir uns das nochmal an, Alter, da, wie er mich einfach weggekickt hat, wo mein Madeschütter war, Zeitapologie in die Wand, geil, oh, man, oh, man, erster Ballkontakt, dann schlieb man den Fuss ins Tor, locker, easy, wie Kokain dir, los, alles klar, ja, als ob da wieder, als ob da wieder so ein geiler Ball drauswirft, in deutsche Richtung, ey, jetzt haben wir einen Befreiungsschlag, ja, danke, du, da wirst du vom Mades, boah, ey, es regt mich ja nicht sehr viele Leute auf, aber er regt mich gerade richtig auf, ey Mann, ja, ich hänge immer noch im Tor, geil, ja, Verlänger noch für die, genau, danke schön, oh Mann, aber der, der geht nicht mehr, nein, ich hab den voll scheiß erwischt, der geht nicht rein, was, warum, was macht das, oh cool, okay, ich hab ihn, und ich hab ihn plötzlich um den Ball zu spielen, nice, aber er geht trotzdem in unsere Richtung, zack, muss man einen Befreiungsschlag bekommen, und so, ey, ja, wo ist mein Mate, Alter, weißt, das war so eine richtig krasse, ja, es gibt ja auch, was war das für ein Tor, bitte, was war das, ey, der war nicht mal gut geschossen, da, der kullert einfach nur rein, auch, nö, was ist das, was ist das für eine Folge, Leute, oh nein, als ob ich jetzt mit so einer scheiß, beschissen Leistung gewinne, sollte ich gewinnen, wenn ich jetzt nicht, mich irgendwie, rapide verbessere, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, ich spiele ja irgendwie schon, äh, weh, der klopft jetzt mal ein Tor hier, nein, der hat den geblockt, lol, hat er noch eine ganz Parade dafür bekommen, ja, danke, Mate, danke dafür, guck mal, der macht den jetzt rein, Alter, boah, dieser Mate, ich guck einfach zu, wie der Ball reingeht, oder was, nice, die spielen sich gegenseitig, oh, der geht rein, ja, geile, gut, ich komme nicht an meine Performance wieder ran, das freut mich schon mal zu sehen, nice, nice, übrigens, dafür, natt ein Mensch, und ganz schnell was getrunken, oh Junge, ich hab nicht mal so in einer Sekunde was getrunken, Flasche auf, Flasche zugemacht und so, und geschluckt, keiler, okay, ich hab den einfach verfehlt, ich hab den einfach verfehlt, nice, äh, gut, oh, der hat so eine Parade bekommen, lol, so, der geht rein, easy, zack, 3-0, Headtrick und so, äh, 3-4-1, so, aber 3-0-5, also, meiner so stolz, nice, oh, läuft bei mir, zack, oh, wie ein Glatte, ups, jetzt, ja, natürlich, als ob er den nicht gemacht hat, hat er so ein Unranked ist, äh, aber ich bin froh, ich bin froh, ich nicht auf Goldklasse oder so spiele gerade, aber er will sich einfach noch zerfickt werden, ne, weil er die Leistung sieht ja, ist ja, ist ja, ich find's ja schon, ein perfekter Pass, weißt du, mein Maid ist einfach nirgendswo da, zack, oh, der geht nicht rein, schade, aber, ich mach ja versuch, mein Maid ist ja nicht da in der Mitte, weißt du, ich hau, ich bin so richtige Vorlagen, wow, weißt du, okay, das ist so fickt, nice, das ist ein richtiger Vorlagen, poor an sich, aber, wenn keiner da ist, der die verhandeln kann, bringen einem die geilsten Vorlagen nix, den finde ich mal so, by the way, da geht ja rein, ne, der geht nicht rein, ne, ne, aber, er geht rein, komm mal, zack, ich bin mit mir selber, puh, guck mal, wie steigst, komm, sie haben aufgegeben, als ob, und guck mal, wenn du verlierst, neun Punkte runter, und wenn du gewinnst, sechs hoch noch, geil, und schon wieder so eine Zivilenflage, äh, geil, gut, das war's dann mit der Folge, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, haut da rein, ciao, ciao, zuido, hole, P, Bis zum nächsten Mal.